Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich halte es für notwendig, dass ich noch einmal den Text zu dieser Aktuellen Stunde verlese, damit das Wesentliche nicht aus den Augen verloren wird. Haltung der Bundesregierung zu einem vermeintlich französisch-deutschen Abkommen zur Industriekooperation im Verteidigungsbereich und etwaigen Verabredungen über Rüstungsexporte. Damit soll eine Unsicherheit suggeriert werden mit den Worten vermeintlich und etwaig. Es ist ja schon wieder symptomatisch, dass die Linke schon wieder reinruft, ganz nach dem Motto »Sicher leben wir dann, wenn wir die Feuerwehr abschaffen, weil dann gibt es kein Feuer.« Das ist eine Argumentation hier zu sagen, die Rüstungspolitik wird in ein Licht gebracht. Ich will mal ganz deutlich zum Ausdruck bringen. Wir haben uns dafür entschieden, die Peschmerga auszustatten mit Ausrüstungsmitteln, damit sie sich erwehren können einem Angriff. Wir hätten Sie Regierungsverantwortung gehabt, wären die Menschen allesamt verstorben an der Grausamkeit des IS, meine Damen und Herren. Wir haben geholfen und das schafft Frieden, meine Damen und Herren. Ich will euch noch einmal in den Mittelpunkt stellen, worum es denn geht. Es geht um Gemeinsamkeit, um Kooperation. Der deutsch-französische Ministerrat hat sich schon im Juli 2017 darauf verständigt, eine Koordinierung und Kooperation anzustreben. Es ist ja nicht so, dass hier keine Transparenz herrschen würde. Sonst würden wir das alles gar nicht im Deutschen Bundestag debattieren können. Das machen wir aber gerade. Das ist auch richtig, und das ist wichtig. Aber noch wichtiger ist, dass wir feststellen, dass sich die sicherheitspolitische Lage enorm verändert hat, leider verschlechtert hat. Es gibt einen Krisenbogen um Europa herum, von Russland initiiert, nämlich mit der Besetzung der Krim, mit dem furchtbaren Bürgerkrieg und den Grausamkeiten des syrischen Präsidenten Assad bis hin zu Unruhen und Destabilisierung im nordafrikanischen Raum. Das alles hat Auswirkungen auf uns. Aber vor allem erinnere ich mal an die gestrige Rede, so viel Erinnerungsvermögen muss erlaubt sein, des russischen Präsidenten Putin, der mit seiner Rede zur Lage der Nation deutlich gemacht hat, dass nicht nur der INF-Vertrag verletzt ist, sondern dass eine hohe Modernisierung mit Flugkörpern, mit Hyperschallraketen eine Bedrohung für uns leider darstellt. Und deswegen arbeiten wir zusammen innerhalb Europas und innerhalb der NATO, weil das die Garantie für Frieden und Freiheit ist, meine Damen und Herren. Wir streben eine gemeinsame europäische Sicherheitspolitik an mit einem stärkeren europäischen Pfeiler in dem transatlantischen Bündnis, weil wir gemeinsam nämlich agieren wollen. Das sind doch die Lehren auch der furchtbaren Krisen und Kriege, dass wir nicht national arbeiten, sondern dass wir gemeinsam kooperieren. Und hier gibt es viele Verbesserungsreserven noch. Wir haben zu viele Waffensysteme beispielsweise in Europa und innerhalb der NATO. Und hier wollen wir effizienter werden gerade auch, weil es darum geht, eben Modernisierung und Digitalisierung voranzubringen. Und konkret geht es auch darum, dass wir deutsch-französische Kooperationen nach vorne bringen mit dem Future Combat Air System oder auch dem Main Road Combat System. Das heißt, wir wollen gemeinsam Zukunft entwickeln, um deutlich zu machen, ja, wir wollen die Verteidigungsunion in der Zusammenarbeit und Integration von Truppenanteilen, ja, wir wollen die gemeinsame Ausbildung, wir wollen auch einen gemeinsamen Einsatz in Krisengebieten, nämlich um Stabilität zu erzeugen, weil wir uns verpflichtet fühlen einer wertegebundenen Sicherheits- und Außenpolitik. Und das ist der Kern unserer Politik, meine Damen und Herren. Und deswegen wollen wir auch dieses Abkommen deutsch-französisch. Für uns ist klar, dass der Rüstungsexport auch sicherheitspolitisch begründet sein muss. Und deswegen erinnere ich noch einmal, dass die Grundlage ist, das rot-grüne Abkommen von 2002, das nach wie vor gilt, und dass jede Rüstungsexportentscheidung hier im Deutschen Bundestag unmittelbar bekannt zu geben ist. Wir sagen aber auch, es gibt Schlüsseltechnologien, die müssen wir halten in unserem Land und damit wir auch eine Souveränität uns erhalten. Aber es geht auch darum, dass eben mit dem Stichwort German Free Deutschland nicht rausgelassen wird aus gemeinsamen Projekten. Und deswegen fordern wir eine Harmonisierung der Exportrichtlinien mit Europa zusammen. Meine Damen und Herren, wir leben in schwierigen Zeiten. Und deswegen suchen wir die Kooperation, die Gemeinsamkeiten, um Frieden und Freiheit in Europa zu stärken, in Deutschland zu stärken, damit wir auch unseren Kindern zukünftig sagen können, wir haben alles daran getan, nämlich die Feuerwehr so stark auszustatten. Und hiermit meine ich, die Streitkräfte so stark auszustatten, dass wir Frieden und Freiheit in Europa wahren können. Herzlichen Dank. Der nächste Redner ist der Kollege Christian Petry für die SPD-Fraktion. Vielen Dank.